Heute zeige ich euch mal ein kleines Vorher-Nachher von West Highland Terrier Francis. Francis ist zwölf Jahre alt, er sieht ziemlich struppig aus und ist zum ersten Mal bei mir. Hier habe ich ihn schon gewaschen, sieht schon ein bisschen heller aus und jetzt muss er erst mal geföhnt werden. Leider wurde Francis früher abgeschoren, das heißt sein Fell ist nicht mehr trimmbar, er hat nur noch eine Fellschicht, also muss ich ihn später mit der Schere schneiden. Nach dem Waschen ist das Fell ganz weich und fluffig und so sieht Francis hinterher aus. Einen sportlichen Vesti-Cut, alles mit der Schere geschnitten. Hat Francis super gemacht, ich weiß nicht, wie seine Meinung dazu ist, aber ich glaube, er fühlt sich wohl. Sehr gestresst sieht er zumindest nicht aus. Zum Schluss noch den Laden erkunden, hier riecht es überall ganz toll. Manfred ist heute mal nicht mehr da, aber das macht nichts. Und Francis hast du fein gemacht und Frauchen hat direkt wieder einen neuen Termin vereinbart.